Woa, an der Kiste haben sie den auch erwischt. Nice. Nicht nice. Alter, ich bin hier rüber geschossen. Wo, wie, muss ich jetzt sterben? Ja, egal. Er ist schon tot. Er ist schon tot. Was sind da andere Hunde, Alter? Was ist da los, ey? Aber die müssen sich jetzt gleich bewegen, ne? Aber du auf. Da kommen sie schon. Der kommt links. Läuft er mit deiner Pfanne? Renn, renn, renn. Hat er ihn erwischt. Wie geil ist das denn? Der andere wird jetzt beschießen hier. Na ja. Irgendein Kreis. Aber du musst näher zum Kreis laufen. Gehen wir zum Kreis, los, 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 los. Wo steht er? So, ja, das ist eine gute Idee. Wenn der es schafft. Na ja, es wird nichts. Oh, ja, oh mein Gott. Alter Schwede. Wie ist er das erschaffen? Fette Eier. Aber jetzt schafft er es nicht mehr. Schaffst du es noch? Klar schafft er es. Oh, der schafft es. Boah, was? Boah, was? Aber keine. Alter, wie krank. Alter, du Hurensohn. Das guckt alles für meinen Calls. Hätte ich nicht. Hans, warum mit deinen Calls, Alter? Das ist eine kleine Story gar nicht.